Ich bin Christian Schmidt und bin pensionierter Lehrer und passionierter Winzer. Meine Aufgabe bei der Weinschmiede ist Drehbarweite. Ich bin Reinhard Schmidt, Herr Zweiter der Weinschmiede. Meine Aufgabe ist, den Keller, also die Dynologie, die Weine zu machen. Die Weinschmiede gibt es seit 1959, die Eltern haben sie aufgebucht und seit 1991 werden wir als Zweierbob die Weinschmiede managen. Wir sind besonders stolz auf die Biodiversitätsweingärten, die wir haben. Und das bildet die Basis für diese ausgezeichnete Weine. Und das führt dazu, dass wir jetzt als Umstellungsbetrieb auf der Bio-Knospo sind. Die Familie Schmidt war damals die Gründungsmitglieder, als man das Label eingeführt hat. Und ich finde das sehr erwähnenswert, dass Salges die Gemeinde ist, die als erste schweizweit Mengenbeschränkungen geführt hat. So etwas muss man unbedingt probieren und natürlich als Reserve im Keller haben. Eine vierte Weinbergwanderung durch Salges. Und auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Salges hat das kantonale Weinbaumuseum. Das ist ein Höhepunkt für jede Besuche in diesem Dorf. Gesundheit!